Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu der spannendsten und, wie man an den Mitgliedern des hiesigen Podiums sieht, schönsten Veranstaltung der Jagd- und Schützentage 2021. Aber es geht nicht darum, gut auszusehen, sondern es geht hier um eigentlich auch das aus meiner Sicht aktuellste und gesellschaftskritischste Thema. Wie gehen Menschen miteinander um? Wie gehen Männer mit Frauen um? Und diese vermeintliche Männerbastion Jagd ist ja längst gefallen. Also wenn man dieses Engagement der Frauen sieht, wie sie uns männlichen Jägern nicht zur Seite stehen, sondern uns in vielem, insbesondere in der Gründlichkeit, in der Genauigkeit, im Engagement auch für Frauen, für Natur, für Umweltbildung, für das Heranführen der Jugend an die Jagd sieht, dann ist das Engagement der Frauen einfach beispielgebend für alle Jäger. Und insofern freue ich mich und bin wirklich ganz, ganz stolz, so tolle, engagierte Frauen hier auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Und wir haben, ich nehme nochmal den Zettel zur Hand, weil ich einfach so geflasht bin. Das ist ja sonst nicht so meine Art, aber es ist einfach klasse, euch hier so zu sehen. Wir wollen heute zu dem Thema sprechen, macht Social Media Jagende Frauen zu Freiwild? Das hört sich ja erstmal für diejenigen, die sich nicht so sehr bei Instagram, Facebook und anderen Plattformen bewegen, spannend an. Aber wir haben hier insbesondere zu meiner Linken zwei Frauen, die sich da ganz besonders engagieren. Nämlich die Beatrice Jäger, unter dem Namen kennt sie eigentlich kaum jemand. Aber jeder, der bei Instagram irgendwie mal unterwegs ist und als Jäger verschiedene Plattformen vorgestellt bekommt, der kennt dort Mrs. Wild Boar. Und als solche firmiert sie da und ist unglaublich interessant mit ihrem Content. Als Försterin zeigt sie den Menschen nicht irgendwelche knackigen Hintern, sondern sie zeigt ihnen eben knackige Bäume. Und das, was wir im Wald und in Feld und Flur so sehen, an Tieren und an Pflanzen, erklärt verschiedene Dinge, auch in der Forstwirtschaft in großartiger Art und Weise. Und daneben haben wir Dr. Viktoria Schneider mit einer sehr provokanten Firmierung bei Instagram. Look and good in Camouflage. Wie man sieht, sieht sie nicht nur in Camouflage-Klamotten gut aus, ist heute wohl behütet. Und sie ist aufgrund ihrer Brandenburger Art und ich sag mal, in Brandenburg ist das kein Schimpfwort, wenn man das sagt, ihrer großen Schnauze bekannt und spiegelt also auch so ein bisschen den nordostdeutschen Part wieder. Also etwas ganz anderes, in ganz anderer Weise unterwegs, aber jagdlich, unglaublich beflissen dort in Brandenburg aktiv, obwohl sie eigentlich in Köln zu Hause ist und dort auch im medizinischen Bereich tätig ist. Wir haben dann direkt aus Berlin eingeflogen, die bayerische Bundestagsabgeordnete Nicole Bauer. Nicole Bauer sitzt im Ausschuss für Landwirtschaft und Ernährung und ist auch die frauenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion. Mit einem fulminanten Ergebnis hier in Bayern wiedergewählt worden, auch beim Erststimmenergebnis. Nicole, schön, dass du es geschafft hast, herzukommen. Neben mir haben wir Elisabeth Keil. Elisabeth Keil ist jetzt nicht die große Instagrammerin, aber Elisabeth Keil ist jemand, der sich unglaublich für die Arbeit von Frauen, von jagenden Frauen einsetzt, in Baden-Württemberg ganz aktiv ist, ein großartiges Vorbild ist für die Frauen, aber auch für uns Männer. Da können wir uns alle eine große Scheibe abschneiden und ich freue mich, dass Sie es geschafft haben, heute herzukommen. Ja, und ein Gesicht müssen wir uns heute mal merken. Heute das erste Mal hier in Grünau auf einer Jagdmesse, obwohl sie eigentlich auch die Schirmherrin der größten Jagdmesse ist, nämlich der in Dortmund, Nicole Heizig, frischgebackene Präsidentin des größten Landesjagdverbandes Deutschland, nämlich des Landesjagdverbandes Nordrhein-Westfalen. Nicole Heizig hat einen sehr anständigen Beruf. Sie ist ja auch Juristin und sogar Richterin, also sie ist diejenige, die auch das weiß. Und ich hoffe, das wird dich nicht zu sehr belasten, dann auch mal bei den Jägerinnen und Jägern vielleicht auch die Schirmherrin sehen und da das richtige Maß und die Mitte zu finden. Da bin ich überzeugt, dass das weiterhin so klappt. Ich finde es großartig, dass du die erste Frau bist, die so einen Verband führt und dann auch noch den größten. Also das Thema Jagen, Frauen, Internet. Diejenigen, die sich damit nicht so beschäftigen, für die mag das vielleicht auch fremd klingen, dass es dort Bepöbelungen, Beleidigungen, Stalking, Hating, also es gibt ja auch verschiedene moderne Begrifflichkeiten gibt. Aber diejenige, die uns das erklären kann, ist, glaube ich, die auch am erfolgreichsten in diesem Bereich unterwegs, ist nämlich die Beatrice. Beatrice, erzähl mal, was hast du in den letzten Jahren und Monaten erlebt, was dich wirklich abstößt davon, diese Arbeit, auch Aufklärungsarbeit für alle zu leisten? Ja, da hatte ich letztes Jahr im Januar tatsächlich ein Erlebnis in einem Bereich, wo man es vielleicht eher erwartet, wenn man sich jagdlich im Internet zeigt und natürlich auch die Jagd nach außen trägt. Und zwar wurde ich der Opfer eines klassischen Shitstorms, das ist ja der Modebegriff fast schon in dem Bereich. Und zwar hatte ich ein Foto in die Welt hinausgeschickt. Das fühlt sich von zu Hause aus gar nicht immer nach Öffentlichkeit an, aber letzten Endes entlässt man immer ein Welt ins World Wide Web ein Foto, das dann einmal um den Globus gehen kann. Und ich hatte auf diesem Bild eine Fuchspelzmütze auf von einem Fuchs, den ich selbst in meinem eigenen Revier erlegt habe. Und habe, also auf dem Foto war kein erlegter Fuchs drauf, es war kein Streckenfoto, sondern einfach nur ein Bild von mir mit Fuchspelzmütze. Und dieses wurde dann zerlegt auf Facebook, nicht auf Instagram. Und zwar hat das Foto eine Community erreicht, eine abgeschlossene Gruppe von Tierschützern, die dieses Foto zum Anlass genommen haben. Ich glaube, ich hatte am Ende nach einer Stunde 400 Hasskommentare unter diesem Bild. Und das sind natürlich Sachen, weil ich hatte unter diesem Foto einen aufklärenden Text geschrieben, dass es ja was Tolles ist, ein nachhaltiges Material aus der Jagd zu bekommen, das ohne Tierleid produziert wurde, so gesehen, dass man dann fürs Leben behält. Und wurde dann mit Sachen konfrontiert, die eigentlich auch so zum Teil mit dem Bild nichts zu tun hatten. Habe dann Angriffe bekommen auf meine Persönlichkeit, die dann darum ging, dass ich geschminkt bin, wie ich aussehe, es wurde in Frage gestellt, was ich für eine berufliche Expertise habe. Ja, und musste das dann über mich ergehen lassen. Und es gibt nicht nur Hass aus, ja, das ist jetzt fast schon ein Bereich, den man vielleicht erwartet, sondern auch manchmal gibt es Probleme aus den eigenen Reihen oder man wird aus den eigenen Reihen angegriffen. Ich hatte das vor zwei oder drei Wochen. Da wurde ich bei einem Foto mit einem Kommentar vermerkt, wo sich darüber aufgeregt wurde, oder, naja, es wurde thematisiert, dass ich geschminkt bin, dass ich hergerichtet bin und so eine Jägerin und vor allem auch eine Frau mit meinem Uniabschluss nicht auszusehen hat. Und danach wurde meine Expertise in Frage gestellt. Und das war ein Jäger, sprich jemand aus den eigenen Reihen. Und das hat mich dann schon sehr getroffen, muss ich wirklich sagen. Vicky, du bist ja eigentlich so nach außen hin jemand, den man gar nicht treffen kann. Aber in Wirklichkeit, das wissen die, die dich ein bisschen besser kennen, verbirgt sich schon eine ganz, ganz weiche Seele auch hinter deiner harten Schale. Wie ist es dir ergangen? Hast du da auch solche furchtbaren Erfahrungen wie Beatrice machen müssen? Oder wärst du das eher im Vorfeld ab? Also, um ehrlich zu sein, ich bin relativ glücklich, dass bei mir noch nicht so viel passiert ist. Ich habe aber auch nicht die Reichweite. Von daher, glaube ich, ist das auch ein bisschen abhängig davon. Das Einzige, was halt war, ich sage immer, jeder nach seiner Fasson, so wie Friedrich der Große das auch immer schon gesagt hat. Und ich sage halt zum Beispiel für mich, wenn ich morgens auf den Morgenansitz gehe und morgens um drei dann das Haus verlasse, dann bin ich jetzt nicht unbedingt gewillt, mich dann noch aufzuhübschen. Aber das darf jeder für sich gerne machen. Und genau umgekehrt gab es dann halt so Sachen wie, warum siehst du so fertig aus und warum bist du so, das kann doch nicht sein, und so kränklich und so. Also das war dann genau der Umkehrschluss, wo ich dann dachte so, okay, wow, das ist jetzt ein bisschen zu distanzlos einfach auch. Und dann kann man halt auch sagen, ja gut, da kann man das mit Humor nehmen und das Ganze in einem nächsten Post oder in der nächsten Story so ein bisschen aufnehmen und sagen, ja, so what, es ist nun mal so, wie es ist. Und dann übergeht man das Ganze. Aber ich finde, Ausschweigen finde ich halt auch ein bisschen beruf. Also man muss sich da schon so ein bisschen auf die Schippe nehmen und dann so ein bisschen entgepfen, das Ganze. Frau Keil, haben Sie auch solche Distanzlosigkeit an anderer Stelle erlebt? Also gerade, was jetzt gesagt worden ist, Facebook, Instagram, da schreiben ja die Leute schnell, da sieht man das Gegenüber nicht, da bleibt man im anonymen Schutzbereich. Wahrscheinlich wird man sich gar nicht trauen, so einer Grande Dame der baden-württembergischen Jagd überhaupt irgendein schlechtes Wort entgegenzubringen, oder? Da haben Sie recht. Also es ist so, wie ich 1975 die Jägerprüfung gemacht habe, da war ich noch sehr jung. Und da hatte ich, da habe ich schon auch so Erfahrungen gemacht. Aber in der Zwischenzeit habe ich einen großen Verein, leite ich einen großen Verein mit 1300 Männern. Also ich habe da keine Probleme. Und ich muss auch ehrlich sagen, Instagram, da mache ich nicht mit. Muss auch nicht sein. Beleidigen, über das guckt man weg, lernt man mit den Jahren. Aber ich muss sagen, ich komme mit Männern oder Frauen, egal wie, versuche ich eben doch. Und geschminkt gehe ich auch nicht auf die Jagd. Sie sehen ja, ich bin heute auch nicht geschminkt. Brauche das nicht mehr. Und von daher, ich bleibe, wie ich bin. Und so bin ich auch wirklich bei uns in Freiburg anerkannt. Vielen Dank, Frau Keil. Nicole Halsig, du als Präsidentin warst ja vorher eben auch schon als Jägerin bei Facebook beispielsweise aktiv. Beteiligst du dich da ja auch aktiv so an den politischen oder jagdpolitischen Debatten. Hast du auch solche Anfeindungen erlebt, wie das jetzt die beiden bei Instagram insbesondere schon mal bekommen haben? Oder ist das auch eher so eine Frage des Respekts, der gegenüber so einer Amtsperson vielleicht ein anderer ist? Ja, das Amt habe ich ja noch nicht so lange, sodass das vielleicht jetzt erst kommt mit dem Respekt. Ich habe das auch schon erfahren vor einigen Jahren und habe für mich so den Schluss daraus gezogen, mich aus den Jagdgruppen ein bisschen zurückzuziehen. Und habe eigentlich nur noch einen Facebook-Account, der rein auf Freunde ausgerichtet ist. Ich poste so gut wie nichts öffentlich, außer schon mal in irgendeiner Diskussion unter einem Beitrag. Und wenn ich da angefeindet werde, habe ich so die Taktik, grundsätzlich die Leute sofort zu blockieren. Also ich gehe da überhaupt nicht drauf ein, ich blockiere alles, was mir irgendwie blöd kommt. Aber ich sehe es auch so, das muss jeder so halten, wie er möchte. Also ich habe kein Problem, damit jemand geschminkt auf die Jagd geht oder ungeschminkt. Bei mir kann das auch passieren, dass ich schon mal geschminkt auf die Jagd gehe. Aber mir geht es genauso, wenn ich morgens um vier lospirschen will, dann geht es ins Badezimmer, Kontaktlinsen rein, Haargummi rein, raus. Und wenn ich dann hinterher mal auf dem Foto auch nicht so super aussehe, ist mir auch schon passiert, dass jemand sagt, oh du siehst aber müde aus. Okay, da kann man dann auch mit leben. Aber so grundsätzlich hatte ich noch nie das Problem, dass man als Frau nicht anerkannt würde. Also ich habe vom ersten Tag eigentlich meines Jägerinnenlebens an nie den Gedanken gehabt oder auch, dass ich mich so gefühlt hätte auf einer Jagd, dass mich jemand nicht ernst genommen hätte oder dass das Problem gewesen wäre, dass ich eine Frau bin. Also ich war auch relativ schnell im Verband aktiv, war erst im Hegering aktiv, dann stellvertretende Vorsitzende einer sehr großen Kreisgruppe, dann vier Jahre lang Vorsitzende einer Kreisgruppe mit 3.300 Mitgliedern und jetzt eben Präsidentin über 65.000 Mitglieder. Und ich glaube, ich denke mal, ich habe da nicht so das Akzeptanzproblem. Nicole, siehst du ein Akzeptanzproblem von Frauen in so einer männerdominierten Gesellschaft oder ist dort eben auch schon alles an Gleichheit, wie es die Verfassung und die Gesetze fordern, angekommen? Ja, erstmal glaube ich, müssen wir diese Schwingungen, die ja existieren, in den sozialen Netzen ernst nehmen. Also sprich, ich würde nicht sagen, deshalb ist die Gesellschaft nicht geprägt von Respekt und Akzeptanz, wenn Frauen in männerdominierten Berufen arbeiten, dort ihr Hobby, ihre Leidenschaft haben oder sich dort entwickeln wollen. Aber zugleich müssen wir diese Schwingungen, diese Übergrifflichkeiten ernst nehmen. Und das ist halt vor allem in sozialen Netzen ganz besonders ausgeprägt mit den anonymen Accounts, die häufig ja keine echte Person dahinter verbergen, sondern häufig auch irgendwelche Zweit-, Dritt-Accounts sind, wo man wirklich dann über diese Accounts Boshaftigkeiten, Beleidigungen lossendet. Und ich glaube auch nicht, dass es damit zu tun hat, ob unser Gesetz schon so passt, wie es passt. Denn unser Gesetz ist gut, was das Thema Gleichberechtigung bedeutet. Aber es bedeutet, wie wir mit digitalen Straftaten umgehen. Und da haben wir erheblichen Bedarf noch. Denn ganz klar ist, unser Strafgesetzbuch, unser Grundgesetz wurde damals entwickelt, damals gab es noch keinen digitalen Raum. Und deshalb ist es schon notwendig, dass wir gerade im Bereich der Straftaten auch diese Geschlechtlichkeiten bei Übergrifflichkeiten aufnehmen, dass wir anonyme Strafanzeigen ermöglichen und vieles mehr. Und das ist halt vieles dann im juristischen Bereich explizit, wenn es um den digitalen Bereich geht, schon an Notwendigkeiten. Wir als FDP haben dazu in der letzten Legislatur einen Antrag eingereicht, mit ganz klaren Handlungsbedarfen, auch in welchem Paragrafen Handlungsbedarf herrscht. Aber was für mich als frauenpolitische Sprecherin definitiv kein Weg ist, dass sich Frauen aus dem sozialen Netz zurückziehen oder sich aus der Gesamtheit, aus der Gemeinschaft zurückziehen. Das kann nicht der Weg sein, sondern der Weg muss sein, dass wir ganz klar sagen, wir sind für einen respektvollen Umgang miteinander, wir sind für den Respekt untereinander. Und diejenigen schwarzen Schafe, die es nahezu in jedem Bereich gibt, die müssen auch entsprechend mit voller Härte dann bestraft werden. Die schwarzen Schafe meintest du jetzt aber nicht politisch? Könnte man sagen, nein, das meinte ich nicht politisch, sondern das gibt es ja wirklich in allen Bereichen. Ich mache ja Landwirtschaftspolitik, mir ist das auch schon passiert. In der Politik passiert das auch schon. Und das muss ich ganz klar sagen, deshalb will ich nicht, dass sich junge Frauen oder Frauen aus Bereichen zurückziehen, nur weil manche Menschen in ihrem Leben nicht mit ihrem Respekt gegenüber anderen Personen umgehen können. Und da ist auch die Politik gefragt. Denn das, was in der Bundestagswahl jetzt stattgefunden hat, in den letzten Wochen, das prägt auch nicht von Respekt, wenn man den Umgang mit Laschet sieht. Man kann dem Laschet gegenüber eingestellt sein, wie man möchte. Aber der Umgang des Miteinanders, das ist erheblich schon zu bedenken und das müssen wir eben angehen. Schwarze Schafe, Umgang miteinander. Findest du, dass dieser Umgang und diese Menschen, die sich ja auch damit disqualifiziert haben, dass das eine Erhöhung ist dieser Leute, dass sie sich vermeintlich erhöhen, oder dass es eigentlich nur ein Ausdruck ist von Schwäche, von Angst, auch ihre schon besonders schwache eigene Position noch geschwächt zu bekommen durch starke Frauen? Ich würde sagen, eher zweiteres. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, also in der Praxis, egal ob jetzt jagdlich oder beruflich, hatte ich in dem Feld nie Probleme. Also da ist die Akzeptanz extrem hoch und ganz im Gegenteil, ich bekomme sogar viel Lob dafür und es kommen viele zu mir und sagen, mei, ich finde es super, dass du auf die Jagd gehst und ich finde es toll, dass du diesen Beruf gewählt hast. Aber im Internet, das ist eine ganz andere Welt, die irgendwie ein bisschen so ein Selbstläufer für sich ist. Und ich glaube, da spielt auch diese Anonymität, die gerade schon angesprochen wurde, eine sehr große Rolle. Ich glaube, dass viele vielleicht irgendwas, was sie ja im Unterbewusstsein, was dann hochkocht und man braucht vielleicht irgendein Ventil. Ich muss auch sagen, dass es weniger geworden ist, habe ich das Gefühl, jetzt auf meinem Account und diese Angriffe, die man erfährt, also das passiert zwei, drei, viermal im Jahr, ist vielleicht zu dem, weil ich eine positive Resonanz bekomme für meinen Account, für meine Bilder, für das, was ich an Arbeit mache. Das steht in keiner Relation. Frau Keil, Weitgerechtigkeit, das ist ja das, was wir Jägerinnen und Jäger der Natur, dem Geschöpf gegenüber ausbringen sollen, aber auch untereinander, die Weitgerechtigkeit. Wie haben Sie das so erlebt, die Akzeptanz von Männern? Gab es da Leute, die gesagt haben, wie kann man eine Frau an so eine Position setzen? Oder ist es eigentlich schon längst überwunden? Ist diese Debatte, die wir führen, eigentlich nur eine Scheindebatte? Sind das so wenige, die damit ein Problem haben, dass man eigentlich gar nicht mehr darüber reden müsste? Ach, es ist schon wichtig, dass wir darüber reden, weil wie ich am Anfang meiner Laufbahn, sagen wir mal so, hatte ich ja auch etliche Männer, die da gesagt haben, was, ich war die erste Frau, die Kreissägermeisterin wurde. Dann war das natürlich für die Männerwelt schon etwas, ja, erstaunlich, aber sie haben mich ja alle gewählt und von daher musste mir erst bestehen. Aber die Art, wie sie manchmal, also wie ich sie 1975, wie ich schon gesagt habe, da hieß es immer, eine Frau gehört an den Herd und nicht auf die Jagd. Das war, aber das ist ja heute alles längst vorbei, Gott sei Dank. Wir erleben es ja immer mehr, dass die Frauen in jede Position rücken. Das finde ich ganz toll. Auch Instagram. Die jungen Leute, auch die jungen Jägerinnen, gehen da gerne rein, sind auch da bekannt drin. Finde ich wichtig, aber wie Sie richtig gesagt haben, es muss ein Gesetz herrschen, das es eben verbietet, einen zu beleidigen. Das geht nicht. Nicole, du bist ja nun nicht nur Präsidentin, sondern auch Richterin. Muss man, um mehr Respekt voreinander zu haben, um ein bisschen mehr Weitgerechtigkeit, vielleicht auch unter den Menschen zu haben, da strenger durchgreifen oder bedarf es einfach nur gewisser Vorbilder oder Appelle? Wie schaffen wir es, dass insbesondere jagende Frauen, aber auch sonst natürlich in der Gesellschaft, das Verhältnis einfach zwischen Männern und Frauen so dargestellt wird, dass es das, was Nicole Bauer eben auch kritisiert hat, viel weniger wird oder am besten natürlich gar nicht mehr. Ja, ich denke, wenn es wirklich zu Straftaten kommt, kann ich nur jedem empfehlen, das ganz konsequent anzuzeigen und verfolgen zu lassen und da auch als Zeugin dann entsprechend auszusagen und den juristischen Weg zu wählen. Grundsätzlich würde ich mir aber wünschen, dass zum Beispiel in sozialen Medien oder auch im Alltag, wenn irgendwelche wirklich blöden oder auch beleidigenden oder anzüglichen Bemerkungen kommen, dass so ein gesellschaftlicher Druck entsteht, dass vielleicht einfach mal dann auch andere Männer denjenigen darauf hinweisen, wie blöd das Verhalten eigentlich ist oder wie falsch es ist und demjenigen sofort da Paroli bieten. Das wäre eben auch schön, wenn dann unter so einem blöden Spruch 20 Leute kommentieren, wie dämlich eigentlich der Poster ist, dann hat das auch schon einen gewissen Wert. Wenn das natürlich so hingenommen wird und eins nach dem anderen kommt, dann wird es ganz schwierig und dann bleibt wahrscheinlich nur der juristische Weg. Aber ich würde mir so eine Art gesellschaftliche Kontrolle da wünschen. Vicky, du lässt dir ja nun nicht so viel gefallen, dir nicht die Butter vom Brot nehmen. Wie reagierst du dann auf solche Sachen? Also im Social-Media-Bereich, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, man sollte halt so ein paar Sachen auch entkräften, indem man halt zum Beispiel entweder dagegen sich nicht wehrt, sondern halt das auf die Schippe nimmt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe vor 20 Jahren meinen Jagdtag damals gemacht und ich hatte damals zum Beispiel im Gegensatz zu Ihnen gar keine Schwierigkeiten als Frau in der Jagd aufgenommen zu werden. Und ich bin da total herzlich aufgenommen worden, vielleicht auch wegen des familiären Backgrounds. Aber so grundsätzlich hat sich das über die Jahre so ein bisschen entwickelt in die Richtung, dass viele Männer, nicht viele, aber einige Männer der Meinung sind, wenn man zum Beispiel als Jägerin in der Treiberwehr mitläuft, dass man dann halt automatisch dann auch so ein bisschen so einen Spruch von der Seite bekommt. Das war vor zwei Jahren zum Beispiel. Das weiß ich noch genau. Ich stand mit dem Hund, da habe ich auf meinen sozusagen Abholer gewartet und dann kamen zwei Männer vorbei und dann sagte der eine, na Mäuschen, hast du dann auch was gesehen? Und dann gucke ich den an und dann sage ich, ja, ja, ich war ja in der Treiberwehr. Ich hatte definitiv Anblick. Und dann meinte der, ja, wenn du dich jetzt anstrengst und dann bei der Jagdschule anmeldest, dann darfst du auch nächstes Jahr mit ansitzen. Und dann gucke ich den an und dann sage ich, das ist total lieb, aber das habe ich vor 18 Jahren schon mal gemacht. Und dann stupste ich in seinen Kollegen und meinte, boah, Fett, na, volle Möhre. Also das war halt auch so nett, dass der dann halt auch so, dass er sich da auch so drüber amüsiert hatte und ihm war das unheimlich unangenehm. Und er hat mich dann später beim Schüsseltreiben nochmal angesprochen, hat gemeint, also er hätte das jetzt auch gar nicht gewusst. Und dann sage ich, ja, aber man kann ja nicht von vornherein davon ausgehen, dass Frauen in der Treiberwehr keinen Jagdschein besitzen. Also das ist so ein bisschen schwierig. Aber es gibt sehr, sehr viele Männer. Ich möchte das jetzt nicht irgendwie überpauschalisieren. Es gibt sehr viele Männer, die das akzeptieren und die auch gerne mit einem zur Jagd gehen, ohne irgendwelche Hintergedanken. Hintergedanken, das war ja insbesondere bei Beatrice, waren es ja auch Leute, die mit Jagd so gar nichts zu tun haben. Also gar nicht so das Verhältnis unter Jägerinnen und Jägern, sondern das Verhältnis von außen, also von Jagdkritikern gegenüber vermeintlich den Schwächsten, die so die Community zu bieten hat. Also wenn mir jetzt oder dir jemand sagt, Jagd ist doof und du bist doof, das würde mir ja überhaupt nichts machen und dir sicherlich auch nichts. Aber Beatrice ist halt dann auch sensibel und empfindsam unterwegs in diesen Themen und vielleicht dann auch eher eine Zielscheibe für so etwas. Also das ist gar nicht mal so, wie Sie ja eben auch beschrieben haben, gar nicht so zwischen Jägerinnen und Jäger, der Konflikt da ist. Da ist also schon die Akzeptanz da, sondern eher die Jagdkritiker. Nicole, du bist ja nun keine Jägerin, hast aber eine tüchtige Beratung durch eine Försterin, die in deinem Büro arbeitet und dir in diesen ganzen forstpolitischen und jagdlichen Sachen auch zur Seite steht. Wie empfindest du das? Sind Jäger so weit, dass sie ihrer Rolle bezüglich der Weitgerechtigkeit auch untereinander nachkommen? Oder siehst du von uns Jägerinnen und Jägern irgendwelche besonderen Dinge, die wir noch anders machen müssten, wenn du jetzt so mal von außen draufschaust, insbesondere wenn es um den Umgang untereinander geht oder auch um den Umgang vielleicht in der Öffentlichkeit? Müssen wir uns da irgendwie, ich sag mal, politisch korrekt da aufstellen oder sind wir da auf dem richtigen Weg? Naja, also du hast schon richtig gesagt, ich habe noch keinen Jagdschein. Ich bin aber der Jagd sehr positiv eingestellt. Deshalb, ich muss natürlich meine Punkte, meine Träume, die ich im Leben habe, so ein bisschen abschätzen, wann ich was mache. Aber deshalb sehr positiv eingestellt. Ich sehe auch die Jagd eher als auch Naturschutz, nämlich den unmittelbaren Eingriff, auch das unmittelbare Regulieren von Beständen in unserem Forstbestand ja dann auch. Und ist auch zwingend notwendig. Das brauchen wir auch. Das eine gibt dem anderen die Hand. Ich glaube auch, dass die Zeiten sich gewandelt haben. Es werden immer mehr Frauen, Jägerinnen. Der Anteil steigt ja massiv an in den letzten Jahren. Und ich glaube, dass dieses Erscheinungsbild der Jagd, wie wir es früher kannten, sich in den nächsten Jahren durchaus sehr stark entwickeln wird. Und ich sehe da eigentlich alles positiv dahingehend. Was natürlich schon Fakt ist, dass das Thema Punkte wie Tierschutz, Naturschutz häufig immer gegen die Jagd gestellt wird. Und da auch wirklich Streitigkeiten aufgezogen werden, die gar nicht notwendig sind. Wenn jemand nicht möchte, dass ein Tier getötet wird, dann muss er halt eher Veganer sein und muss sich halt da entsprechend das auch akzeptieren, dass andere Menschen etwas anderes wollen. Leben und Leben lassen. Eine urbayerische Ansicht, die wir auch weiter haben wollen. Und das ist eigentlich so der Punkt. Ich glaube nicht, dass große Bewegungen notwendig sind. Die Offenheit ist ja schon vorhanden. Das merke ich ja gerade als Politikerin, die häufig auch im Gespräch mit verschiedenen Menschen ist, ob das zu Hause ist in einzelnen Revieren oder ob das auch tatsächlich in Berlin ist. Die Offenheit ist da. Und da, glaube ich, sehe ich keine Möglichkeit. Übrigens an der Stelle zur Beruhigung. Das trifft in allen Bereichen, wo man populistisch sein kann. Ich trete ja auch leidenschaftlich gern gegen Motorradfahrverbote ein, weil ich für das Motorrad auch eine große Leidenschaft habe. Und auch da gibt es immer wieder Menschen, die sagen, sie wollen den anderen Menschen ihr Hobby nicht gönnen. Ich sage, mehr Freiheit, mehr Verantwortung einerseits, aber auch mehr Akzeptanz und mehr Akzeptanz dem Gegenüber. Das ist notwendig, also nach dem Prinzip Leben und Leben lassen. Jetzt kommt die andere Nicole nochmal. Weibliche Verbandsführung bringt ja auch ein bisschen mehr Empathie auch gegenüber dem Gegenüber, auch vielleicht dem Nichtjagenden Gegenüber. Hast du dir da was vorgenommen, in der Öffentlichkeitsarbeit was vielleicht anders zu machen, um die Kritiker, die ja dann in übelster Form hier auch gegenüber Beatrice aufgetreten sind, vielleicht auch den Wind aus den Segeln zu nehmen? Ja, ich denke nicht, dass ich das Rad neu erfinden muss, aber ich denke schon, dass wir uns in der Öffentlichkeitsarbeit noch stark verbessern können. Und dass es ganz wichtig ist, darüber aufzuklären, was wir Jägerinnen und Jäger eigentlich machen da draußen in der Natur. Und ich glaube, dass ein großer Teil der Bevölkerung dem auch durchaus offen und positiv gegenübersteht, wenn man erklärt, was man macht, warum man das macht. Weil letztlich ist immer das Endergebnis, dass wir auch Tiere totschießen. Und da kommt man auch nicht drum rum, auch nicht bei der Öffentlichkeitsarbeit. Da muss man so stehen und auch darüber aufklären, warum man das tut und dann natürlich die entsprechende Verwertung auch darstellen. Da hat sich sicherlich einiges geändert, dass die Akzeptanz nur dann erreichbar ist, wenn man auch erklärt, was man tut und warum man es tut und dass das einen ökologischen Sinn hat, dass man es tut und dass man das Ganze tierschutzgerecht und waldgerecht erledigt. Ansonsten haben wir, glaube ich, in NRW somit die höchste Frauenquote in Deutschland. Also wir hatten 2000, in meinem Jahr 2000 noch 7% Jägerinnenanteil im Verband und mittlerweile sind es, meine ich, 14% Jägerinnenanteil im Verband. Wir haben 7700 organisierte Jägerinnen und da halte ich es eigentlich auch für normal, dass irgendwann auch mal in den Spitzenpositionen Jägerinnen auftauchen. Ich finde das jetzt nicht so ungewöhnlich. Frau Keil, Sie sind ja nun in Baden-Württemberg mit der grünen Landesregierung, auch die vorderste Speerspitze sozusagen der Jäger, wenn es darum geht, der urbanen und kritischen Bevölkerung so die Jagd als Naturschutz näher zu bringen. Haben Sie ein Geheimrezept für die anderen, das auch so positiv rüberzubringen? Wir haben es gestern vom Jörg Friedmann gehört, dass der sich eigentlich ja mit dem System gut arrangiert hat. Wie sehen Sie das? Was muss man machen, damit dann, ich sage jetzt nicht parteipolitisch, sondern eben auch einer jagdkritischen und eher aus den Städten stammenden Bevölkerungsschicht, die Jagd als Naturschutz näher zu bringen? Es fängt doch schon damit an, wenn wir in den Wald gehen. Wir haben die Waffe dabei und treffen immer wieder auf Menschen. Selbstverständlich heute. Ich wohne im sehr populären Gebiet, wo viele Leute vorhanden sind und seit der Pandemie werden wir überschwemmt im Wald. Schwer zu jagen, aber wenn ich mit dem Gewehr durchgehe und ich werde von den Leuten gefragt, ich rede mit ihnen, erkläre ihnen und ich habe noch nie, ich gehe auf diese Weise vor, dass ich das auch im Verband bei den Jägerinnen so kommuniziere, dass wir einfach mit den Leuten reden müssen. Das ist das Wichtigste, sagen, was wir tun. Und die meisten, wenn sie nicht gerade Veganer sind, lieben ja unser oder schätzen unser Wildbrett. Von daher können wir sagen, wir tun auch für die Gesellschaft Gutes, denn das ist ohne Medikamente und ohne alles. Und wenn wir mit der Bevölkerung reden, mit den Menschen reden und auf sie zugehen, bin ich sicher, haben wir viel weniger Probleme als wie bisher. Es wird immer besser. Es fängt ja auch schon an, dass in die Präsidien der Landesjagdverbände Frauen aufnehmen. Ich war auch die Erste, war sehr stolz darüber. Und inzwischen ist es so, dass es eigentlich an der Tagesordnung ist. Es gehört einfach dazu, weil wir ein bisschen anders ticken als Männer. Ja, ich finde, ich finde, das kann man ja auch gar nicht mehr toppen als Schlusswort. Wir haben so ein bisschen Zeitdruck. Gleich kommt ja noch die große Modenschau. Also inhaltlich die schönste Veranstaltung haben wir jetzt. Gleich bekommen wir die vielleicht auch optisch durch die schönen Kleider, die uns präsentiert werden. Aber ich glaube, wir nehmen aus dieser Runde mit, dass das, was ihr macht, eine großartige Arbeit ist, dass ihr euch in keiner Weise irgendwie beeinträchtigen lassen sollt durch diese furchtbaren Menschen, die die Jagd kritisieren und euch als Zielscheibe benutzen. Und dass die Nicole Bauer und die Politikerinnen und Politiker eben das schon sehr genau im Auge haben und dass auch dafür sorgen werden, dass es eben verfolgt wird, dass es die entsprechenden rechtlichen Möglichkeiten gibt. Und die beiden hier vorne, die also ein wunderbares Beispiel dafür sind, wie großartig Frauen in der Jagdverbandspolitik eben agieren können. und ich glaube, uns allen auch irgendwie ein Beispiel geben sollen, wie wir als jagende Naturschützer genau dieses Thema weiterbringen sollen in die Gesellschaft, so wie ihr es jetzt eben als Bloggerinnen macht, dass das auch in jedem Gespräch stattfindet, so wie sagen, wenn man eben die Leute trifft, im Wald sie anspricht, ihnen auch mal anbietet, sie mitzunehmen, ihnen zu erklären, was man gerade macht. Ich habe ein Revier im Landkreis Löchow-Dannenberg, da ist die Quote derer, die aus ökologischen Gründen dahin gezogen sind, sehr groß. Und ich habe neulich jemandem das erklärt, wie das mit dem Wildbrit ist. Und dann hatte ich zwei Nutria geschossen. Und dann hat er gesagt, das würde er ja auch gerne mal probieren, machte dann seinen Jutebeutel auf. Und ich habe ihm dann also so einen Nutria in seinen Jutebeutel gesteckt. Und er wollte sich eine Wildsuppe kochen, weil er keinen Backofen hat. Und es war einfach großartig, wie man also auch miteinander umgehen kann über jegliche soziale und auch ideologische Grenzen hinweg. Es soll einfach dienen, heute auch mal so als Initialzündung, weitere Initialzündung, auf die Menschen zuzugehen, auf die Kritiker zuzugehen, damit eben das, was ihr dort teilweise erlebt, im Keim erstickt wird. Und nehmt euch auch noch mal der Empfehlung von Nicole Heitzig an, verfolgt solche Jagdkritiker, die euch irgendwie angreifen, aber seid konzillant und positiv und konstruktiv im Dialog mit Nichtjagenden, damit wir insgesamt für die Jagd eine Akzeptanz in der Gesellschaft finden, die dafür sorgt, dass wir auch übermorgen noch gemeinsam diesem nachhaltigen Werk nachgehen können. Herzlichen Dank, dass Sie alle da waren. Applaus